Robby, nur eine Frage, ähm, hattest du mich nicht gesehen, als du aus dem Wendt gesprungen bist? Doch, ich wollte dich aber gleich töten. Du warst schon schnell. Weg. Oh, pssch. Oh, Gott sei Dank. Äh, oh. Ähm. Ja. Äh, äh, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Äh. Das da rein und das da rein. Ja, richtig. Schick. The Freelancer ist bei mir. The Freelancer? The Freelancer ist bei mir. Flobold ist bei mir. The Freelancer ist bei mir. So, zack, zack, zack und zack. Ufus. So. TMS. Äh. Hallo, hallo, wo liegt der tote oben bei der luftschleuse ich wollte gerade aus dem reaktor zurück und da lag er dann halt also nicht zu sagen es war niemand in der nähe ich habe nur seine hosen gefunden ja und ich war in der nähe von cms wir waren zusammen ist schon ewig lange also in der zeit bin ich fünfmal jetzt gegen die wand gerannt ich habe ich gesehen ich dachte so was macht cms da wenn man so ein bisschen auf die map guckt und ne achte wo man hinläuft ist so echt so ein problem also ich habe glaube ich gesehen im admin dass jemand von matt bay rüber gewendet ist zu balkoni also unter cafetaria das ding robben denn zuletzt gesehen im balkoni ist jemand hingewendet waren kurz bevor der call kam glaube ich kann nicht sein weil ich war gerade auf das kann ich bestätigen da war ich nämlich auch das kann ich definitiv bestätigen dann ist dann ist mir jemand von cafetaria runtergelaufen obwohl tatsächlich auch sein kann dass jemand aus dem vent gesprungen ist und ich habe es nicht gesehen weil balkoni ist ziemlich lang und event ist auf der anderen seite von also hendrik ich kann das selten ich war lange ich war lange in der cafetaria weil ich da oben dennoch diese häcksler aufgabe hatte und du warst wirklich der einzige der auf balkoni den ich dabei gewendet sein mensch keine ahnung wir hatten robbinator zuletzt gesehen und wo ich habe ihn gar nicht gesehen habe ihn aber orange schnell ja ich habe nicht dass ich habe ihn beim start gesehen immer bei laut spät dann nie wieder hat sich irgendjemand begleitet die ganze zeit Hendrik wollen wir skippen da ich skippe gut bestimmt sind's rufus und hendrik genau zwei ist richtig aber auf einmal wieder zwei und zwei und zwei und zwei und ein das denn für eine aufgabe das denn ja 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 also ich wollte nämlich gerade sagen ich habe mich so ein bisschen gewundert Flui und Henrik waren so mehr oder weniger im Gang wir sind alle nach oben gegangen und der Report-Button leuchtet ich denke so, warum drückt keiner und wollte drücken und Henrik hat gedrückt ja, ich musste erstmal realisieren, was da passiert ist also ich war schon darauf fokussiert die Tür zu öffnen im Gegensatz zum ja, wie auch immer auf jeden Fall in dem Decontamination-Raum vor Reactor liegt Flobold hm wer war jetzt alles beim Reactor? also ich war oben und habe die Tür gelegt ich war über dem Locker-Room bei Fixing Lights boah und ich bin euch ja hinterher hm ja genau also Imon ähm ich Flui kann ich ausschließen soweit überm Locker-Room no, das ist der Eingang wo du dann zur Decontamination gehst ach so das ist dort kurz bevor du diesen komischen Zweig nach oben gehst da bin ich jetzt dreimal vorbeigelaufen und ich habe es gesucht ok das Ding ist an sich wir wissen nicht wie lang der liegt natürlich wenn äh vor uns ist irgendjemand zu Reactor hoch ich weiß aber nicht wer nur noch ich ach so ok aber Robi ne warte Flobold ist aber nicht mit mir gewesen ok hm ich war im Office also ich war die ganze Zeit mit Hendrik zusammen also den kann ich auf jeden Fall ausschließen und zum Schluss kann mir erst immer also der hätte ja irgendwie wenden oder ähm theoretisch das Problem ist halt von Decontamination aus kann man eigentlich auch überall hinwenden ähm hm ähm ähm aber wo war Rufus ich habe gerade schon zweimal gesagt dass ich im Office war ach so und CMS war ich war offen nicht irgendwie also ich war nicht ja muss ich das sagen ich war halt elektrik gefixen elekt ja überm locker room wie man es daneben ah oder daneben überm ist wieder schwierig ganz komische Runde ganz ganz komische Runde ganz ganz merkwürdig Runde ist das ist keiner ich habe also äh ist keiner ich habe Rufus Bars, Rufus Bars, der ist in Wendt gerade reingesprungen, wo ich reingekommen bin in Office. Rufus Bars, 100%. Wer war jetzt eigentlich gerade tot? Ich habe Hendrik gekillt. Es ist so schwierig, weil ich bin so unter Druck, die Tags sind viel zu wenig und immer sind zwei unterwegs, es ist einfach viel zu schwer für einen Impostor. Ja, deswegen... Heu leise! Ja, das ist es wirklich. Wenn wir wirklich nicht auf R-Shop gehen, da ist der Ball auch nicht groß. Ja, aber da findest du dich selbst als Impostor nicht zurecht. Ja, und andersrum, wir haben jetzt auch schon ein bisschen gespielt, sonst machen wir wirklich für heute erstmal Pause und machen was anderes weiter. Also wie gesagt, wenn es irgendwie noch geht, noch mehr Tasks zu machen oder dass der Impostor öfter... Dass ich öfter... Also ich kann gerne noch eine Long-Task hinzufügen. Und ich fühle mich noch kurz bevor ich sterbe, Robin. Ja, mach doch eine Long-Task jetzt. Okay, machen wir noch eine Long-Task. Aber einstellen, dass man öfters sabotieren kann, geht nicht? Nee. Weil wir nehmen das als Airship nochmal, das ist für einen Impostor, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, die Map gefällt mir nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich finde die anderen besser. Mir fehlt wieder. Ich bin noch nicht da, wie gesagt. Also mir ist es egal, ihr müsst entscheiden. Wenn ihr sagt, ihr wollt Airship oder eine andere Map, dann können wir auch gerne eine andere Map... Also wenn wir nochmal weiterspielen sollten, würde ich sagen eine andere, weil die ist mir echt... Wie wie Rufo es schon gesagt hat, man ist immer zu zweit irgendwie und weiß ich nicht. Okay, dann gehen wir nochmal auf Airship ein paar Runde. Okay, wir gehen auf Airship. Da hat man heute auch jede Karte dann. Ja, das stimmt. Ja, dann haben wir heute wieder so... Früh und jetzt bitte mit Magen-Nennung. Ja. Also seid ihr jetzt alle bereit? Bei mir ist die Region Nordamerika eingestellt. Das ist egal. Das ist doch nicht einfach, wenn du aus dem Spiel rausgehst.